Ja hallo Leute, wir sind ja zuhause, vorm Haus, ich suche mir jetzt ein Plätzchen, es ist bald Mitternacht, und das gelbe Jahr ist vorbei! Das heißt, ich muss keine gelben Karten aufsetzen, es war jetzt nicht schlimm, aber ich bin trotzdem froh, wenn es vorbei ist, ich habe jeweilige Tools mit, um mein Kappel zu verbrennen, hier, Zünder, und Benzin, eine Flasche Wasser, falls das Feuer ausufert. Ich bin alleine unterwegs, das wird ein Wild-Video, ganz alleine, bin gespannt wie es wird, jetzt muss ich mal schauen, dass ich ein nettes Plätzchen finde. So Leute, jetzt nehme ich die gelbe Mütze ab, tausche sie gegen meine Schwarze, genau wie ich es Anfang jener 2014 versprochen habe, da wird Geld verbrannt, und so werde ich es jetzt auch machen. Ah Quatsch, und ich sage euch, das fühlt sich gleich ganz anders an. Ah, sieht wahrscheinlich auch super aus. So, die gelbe Mütze, die kann jetzt ein Spritzerfeuerzeug beziehen, und dann wird sie abgefackelt. Ja. Ich hoffe, das genügt. Ich stink jetzt, wird man sagen. Ja. 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 Tja. Mein persönliches Feuerwerk geht los. Sehr cool. Hier. Ach, zeig euch. Die Wasserflasche. Ach, das tut gut heute, es tut gut. Das gelbe Mützerl. Das hat ein Jahr lang ausgedehnt, wirklich. Ganz brav aus. Tja Leute, das war mein gelbes Jahr. Ich habe kein Haus abgefackelt. Ich selbst auch nicht. Das Kapperl glüht noch ein bisschen vor sich hin. Wer jetzt erwartet, dass ich ein neues Jahr ausrufe, der hat sich geschnitten. Es gibt kein neues Jahr. Ich werde wieder tragen, was mir gefällt, wann es mir gefällt, wie es mir gefällt. Aber ich werde kaum ohne draußen rumlaufen. Also oben ohne, mit mir nicht. Damit wünsche ich euch wirklich ein schönes neues Jahr. Mögen euch eure Vorhaben gelingen. Und ich wünsche euch, dass ihr immer jemanden an der Seite habt. Wenn ihr ihn braucht. Das war's von mir. Happy New Year. Und wir sehen uns 2015. Wieder auf Mabacher TV. Danke sehr. wieder auf Mabacher Tengel. Mabacher . Danke. Untertitelung des ZDF, 2020